hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video bei uns auf dem kanal wir wollen es heute mal windows 11 anschauen denn es ist schon da allerdings nur in einer testversion in einer sehr frühen version die man auf keinen fall produktiv einsetzen sollte deshalb habe ich hier auf einer virtuellen maschine bei mir einfach mal installiert falls ihr da mal interesse habt und fragt euch wie macht man das mit einer virtuellen maschine könnte auch gerne mal in die kommentare schreibt dann kann ich euch das gerne auch mal zeigen wir waren aber heute einfach mal einen kleinen blick auf windows 11 werfen was ist so anders was hat sich geändert und werden wir überhaupt unterschiede sehen ich kann euch jetzt schon mal sagen auf jeden fall sehen wir unterschiede und da gehen wir jetzt direkt mal rein und gehen hier einfach mal auf anmelden ich melde mich einmal an und da geht es auch schon direkt los jungen die task leiste da ist schon der erste große unterschied hier unten gibt es keinen startkopf mehr der ist jetzt hier nachher gewandert ist alles zentriert worden hier unten also das startmenü auch das hat man überarbeitet also der startknopf hier auch auch das mittig dann haben wir hier daneben die suche die kennen wir ja schon auch aus windows 10 da gab es ja auch schon war allerdings eine suchleiste ist jetzt ein bisschen minimiert worden konnte man auch schon in windows 10 minimieren dann haben wir daneben einmal die verschiedenen desktops auch die gab es schon in windows 10 die sollen allerdings hier jetzt mehr sinn machen beziehungsweise besser nutzbar sein als es unter windows 10 noch der fall war da bin ich mal gespannt wenn wir mal gucken ob uns das auch noch mal im detail dann anschauen werden das ganze hier heute soll nun mal so ein kleiner überblick darüber sein und von daher wenn euch hier was im detail interessiert können schreibt einfach in die kommentare da wird sich auch in der nächsten zeit noch sehr viel ändern da wird microsoft noch ordentlich dran feilen an dem sind ganzen system aber ich finde es jetzt schon mal spoiler alarm relativ schick und es macht spaß damit zu arbeiten aber gehen wir erst mal weiter wir haben hier noch die widgets dann jetzt neu die funktionieren bei mir glaube ich noch nicht also vorhin gegen sie zumindest nicht als ich mal drauf gedrückt habe das kann jetzt an der virtuellen maschine liegen oder einfach daran dass es halt eben noch nicht fertig ist so daneben dann der edge den können wir der explorer das symbol kennen wir drücken wir da drauf werden wir aber einiges neues sehen denn dieser explorer wurde auch überarbeitet wie man sieht es gibt neue symbole die gab es jetzt in der letzten testversion von windows 10 auch schon da waren diese symbole auch schon ich gehe mal davon aus dass die auch unter windows 10 noch kommen werden aber ansonsten hat sich auch hier oben die leiste ein bisschen geändert alles wirkt ein bisschen sortierter und aufgeräumter auch wenn wir hier jetzt mal einen rechts tick drauf machen auch das ist neu überarbeitet es ist nicht so viel anders aber es wirkt halt eben irgendwie ein bisschen aufgeräumter bisschen besser und es ist auch wenn man das mal so sieht die abstände sind deutlich größer das heißt es ist auch mehr für touch optimiert dann und ich glaube das macht dann auch sehr viel spaß wenn du es elf mit dem tablet oder auch mit dem notebook zu benutzen was dann auch touch eingaben unterstützt aber auch so ist es jetzt nicht zu groß wenn man das jetzt auf dem pc mit einer maus bedient auch dafür finde ich es noch super wir können mal kurz gucken das weiß ich gar nicht das ist noch das alte eigenschafts fenster da hat sich noch nichts geändert kommt vielleicht noch mal gucken so gehen wir erstmal weiter der store denn auch der store ändert sich unter windows 11 der hat auch noch mal komplette überarbeitung bekommen soll jetzt schneller funktionieren und ja er wird auch android apps enthalten ich glaube das ist jetzt aktuell noch nicht der fall aber es wird kommen also man kann dann android apps einfach auf seinem rechner installieren genauso auch wie andere programme die normalerweise anders verteilt werden auch die haben können dann von den entwicklern in den store geladen werden wir haben dann hier so den übersicht die übersicht das ist unser zu hause man hätte es wahrscheinlich auch home lassen können muss man nicht unbedingt übersetzen dann haben wir apps und genau das kennen wir ja schon von windows 10 auch und wir haben dann hier ein gaming tab auch hier sind dann spiele die natürlich mit dem game pass drinnen sind auch hier bietet windows 11 einiges neues für leute die halt eben relativ viel spielen auch mit dem system auto hdr ist da zum beispiel ein stichpunkt oder auch eine neue der wegx version und ja da können wir später auch noch mal denke ich mal detailliert darauf eingehen dass hier soll wie gesagt ja nur ein kleiner überblick sein unterhaltung haben wir dann natürlich auch also filme könnten uns ja auch direkt über den store kaufen ja das erstmal dazu hier oben steht auch noch forscher version das darf man nicht vergessen das ganze kann noch sehr fehler anfällig sein hier unten habe ich dann noch meine mail app das können wir auch alles wieder von der taskleiste lösen dann fliegt das hier raus aber es bleibt halt eben alles zentriert ich gehe davon aus dass es auch wieder leute gibt die das nicht so mögen mit dem zentrierten ich gehe auch davon aus dass da noch mal was kommt dass man das wieder hier nach rechts schieben nach links schieben kann sorry aber ich finde es erstmal eine nette idee bisschen abgeguckt glaube ich von apple ich glaube dass es auch alles ziemlich zentriert aber microsoft hat gesagt man will den nutzer in den mittelpunkt in den mittelpunkt drücken und deshalb legt man auch das hier in die mitte so dann gehen wir weiter hier in der taskleiste gehen wir hier nach rechts rüber hier war ja eigentlich immer das benachrichtigungscenter das gibt es jetzt so nicht mehr es gibt hier wenn man auf die uhrzeit beziehungsweise das datum klickt gibt es hier noch die benachrichtigungen die wir jetzt hier so haben können wir auch wieder alle raus löschen einfach und dann haben wir hier unseren kalender was dann noch neu ist wenn man jetzt hier die schnelleinstellungen fehlen uns hier halt eben das war ja im benachrichtigungscenter unten hier noch so dran da konnte man das wlan ein und ausschalten bluetooth ein und ausschalten und so was das jetzt alles hier rüber gewandert hängen hier gibt es einmal die netzwerkverbindung und einmal die lautstärkeregelung das jetzt praktisch ein knopf drückt man drauf hat man hier schnell zugriffe ich gehe mal davon aus dass hier auch noch ein bisschen was dazu kommen wird auch so mit wlan oder sowas wenn das halt eben der fall ist dass das dass der rechner wlan benutzt dieser tut das jetzt hier gerade nicht von daher wird wlan hier wahrscheinlich auch nicht angezeigt so dann kann man mal weiter gucken und zwar in das menü einstellungen denn auch hier hat sich eine einiges getan wenn wir jetzt einfach mal über das startmenü gehen haben wir hier unsere einstellungen auch das hat microsoft komplett überarbeitet ich finde das jetzt super wir hatten ja vorher wenn wir irgendwelche einstellungen machen wollten immer diese wir mussten uns erstmal eine kategorie aussuchen wir hattet hier praktisch die großen kategorien system und ich weiß gar nicht was das andere noch personalisierung und sowas das ist jetzt alles hier so in die seite gewandert so dass hier nicht immer ihr könnt also praktisch direkt zwischen diesen kategorien wechseln das ist halt der vorteil sonst muss man immer erst zurückgehen und dann in diese ober kategorie reingehen das entfällt jetzt hier wenn man jetzt hier aber sieht es sind einige sachen noch nicht komplett übersetzt eine timing time and language zum beispiel das fehlt dann halt eben noch ansonsten gefällt mir das einstellungsmenü relativ gut weil es sauber und ordentlich wirkt auch hier windows updates wenn wir jetzt hier mal update suchen auch das ist sieht halt alles ein bisschen schicker aus meiner meinung nach wir haben auch die möglichkeit bei personalisierung das ganze ich bin jetzt hier im dark team wir können hier auch einfach umschalten auf das helle team was ich übrigens auch sehr cool finde auch das sieht eigentlich top aus wenn wir jetzt hier wieder reingehen in die einstellungen manche sachen manchmal hängt es immer noch bei diesem umstellen da werden einige sachen hier noch nicht direkt umgestellt wie gesagt testversion frühe version auf jeden fall noch nicht produktiv einsetzen bitte das ist glaube ich keine gute idee und ja genau wenn windows updates waren wir eigentlich ja haben wir jetzt gerade nicht weil wir hier noch schon aktuell sind so eine sache die mich ein bisschen enttäuscht hat eigentlich wenn wir jetzt mal hier können wir auch einfach mal die suche benutzen da unten habe ich nämlich schon einmal gesucht es gibt immer noch die alte systemsteuerung microsoft hat es immer noch nicht geschafft wirklich alle menüpunkte offensichtlich in das neue einstellungsmenü zu integrieren sie setzen weiterhin auf die systemsteuerung ich weiß nicht warum ich hätte es cool gefunden wenn die wirklich gar nicht mehr im system gewesen wäre aber ok was man ein bisschen vergeblich sucht ist der internet explorer ich glaube den dürfen wir jetzt nicht mehr finden genau den gibt es nämlich nicht mehr der ist jetzt komplett durch den edge ersetzt wobei auch diese information nicht ganz korrekt ist denn ganz tief im system gibt es immer noch den internet explorer denn der edge hat einen sogenannten kompatibilität modus für webseiten und webdienste die halt eben internet explorer immer noch voraussetzen und von daher hat der edge braucht der edge halt eben immer noch so teile vom internet explorer und deshalb sind die weiterhin auch im system drin ja ansonsten war es das jetzt eigentlich erstmal mit so einem groben überblick wie ihr seht hier auch das menü hier das ist halt eben durch die runden ecken das wirkt alles ein bisschen bisschen besser und frischer moderner weiß ich nicht also mir gefällt das richtig gut dass windows 11 bisher und einiges wird auch noch kommen es ist noch nicht alles drin ich glaube ich kann das gar ganz kurz live probieren weil er doch okay das hier ist nämlich auch noch so eine neuerung ihr könnt hier oben einfach sagen wenn jetzt ein fenster auf habt wo ihr das gerne hin haben möchte oder wie ihr euren bildschirm aufteilen möchte ich könnte jetzt zum beispiel sagen ich hätte das jetzt gerne das gerne dahin es wäre es natürlich cool wenn wir noch einen hätten noch ein fenster dann machen wir das jetzt einfach mal anders und sagen das hätte ich jetzt gerne dahin so und wenn wir jetzt den store noch aufmachen müssten wir doch hier eigentlich auch sagen können dass wir den in der mitte haben wollen so und dann könnten wir den bildschirm so aufteilen oder wir sagen halt einfach den store bitte dahin in der explorer bitte da ist internet explorer den windows explorer bitte dahin dann machen wir noch mal den hier mit auf und den hätte ich ganz gerne dahin und den da dahin also kann man dann einfach seinen bildschirm schnell aufteilen das finde ich eigentlich super auch eine super idee und gerade auch wenn man jetzt noch einen externen monitor angeschlossen hat wenn man jetzt ein notebook hat externen monitor an und man zieht diesen monitor ab und steckt ihn dann wieder an dann sollen sich die fenster auch wieder alle so aufbauen wie wir das hier eingestellt haben was natürlich klasse ist wenn das dann so funktioniert das konzert ich konnte jetzt noch nicht testen aber windows 11 ist jetzt auch erst seit ein paar tagen im insider preview ring verfügbar von daher konnte ich da auch noch nicht so viel gucken wie gesagt ich wollte ich erst mal einen groben überblick darüber geben wie jetzt der stand ist wie das windows 11 jetzt aussieht das habt ihr jetzt einmal gesehen es gibt noch so viele andere sachen die verändert wurden aber ich denke mal da werden wir uns in den nächsten wochen einfach mal im detail noch mal ein bisschen genauer das ganze anschauen ich wollte das video jetzt hier auch nicht zu lang machen von daher bedanke ich mich an dieser stelle erst mal fürs zuschauen wenn ihr fragen habt könnt ihr die einfach in die kommentare schreiben dann können wir die im nächsten video einfach mit beantworten oder uns einfach mal ein bisschen was anschauen denn ja ich finde windows 11 ein interessantes projekt jetzt und von daher wird dann noch einiges in der nächsten Zeit kommen vielen dank fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal tschüss ciao euer david von meinnicker.de